Das ist der eine Ring. Handlungstreibendes Element in Tolkiens großem Herrn der Ringe. Wenn er erhitzt wird, durch die glühend böse Hand Saurons oder auch ein gewöhnliches Holzfeuer, zeigen sich feine Linien auf seiner Oberfläche. Es ist ein Text. Aber was für einer? Der Vers an sich ist kein Geheimnis. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Oder in einer wörtlicheren Übersetzung aus dem Englischen, ein Ring, sie alle zu beherrschen, ein Ring, sie zu finden, ein Ring, sie alle zu bringen und in der Dunkelheit zu binden. Neben dem Inhalt des Spruches wäre es doch aber auch reizend, mehr über die Sprache und die Schrift zu wissen, in der er geschrieben ist. Die Buchstaben sind Tolkiens Tengwa. Anders als in unserem Alphabet stehen sie nicht in einer willkürlichen Reihenfolge, sondern sind in einer organisierten Tabelle dargestellt. Die Sortierung ordnet jedem Zeichen ein bestimmtes Lautverhältnis zu den anderen zu. Um diese Sortierung besser zu verstehen, werfen wir vorher einen Blick auf eine ganz andere Tabelle mit komischen Buchstaben. Die Konsonantentabelle aus dem internationalen phonetischen Alphabet. Hiermit haben Sprachwissenschaftler recht erfolgreich versucht, alle Laute jeder menschlichen Sprache aufzulisten. Wo ein Konsonant in der Tabelle steht, hängt ab von dem Ort seiner Artikulation und der Art seiner Artikulation. Der Ort der Artikulation bedarf vermutlich keiner ausschweifenden Erklärung. Nur die Bezeichnungen sind in unverständlichem Fachlatein. Hier also auf Deutsch die Orte im Mund, an denen ein Konsonant entstehen kann. Die Art der Artikulation gibt an, wie viel des Luftstromes an diesen Orten behindert wird. Bei Plosiven ist kurzzeitig der gesamte Sprechapparat gegen die Umwelt abgeschlossen und die aufgestaute Luft wird plötzlich explosionsartig entlassen, wie bei P, B, K und G. Frikative oder auch Reibelaute verschließen die Passagen nur fast und zwingen so die Luft an einem schmalen Ausgang zu Turbulenzen. Von dieser Art gibt es die meisten Laute. Beispiele aus dem Deutschen wären S, Sch und S. Bei Approximanten reicht die Behinderung wiederum nur knapp nicht aus, um einen Frikativ zu bilden. Hiervon gibt es überhaupt nicht viele und noch wenige am Deutschen. Wenigstens das I aus Ja und Fjord gehört eindeutig dazu. Öffnen wir den Weg der Luft noch weiter, sind wir bei den Vokalen angekommen. Bei denen wird die Luft nur umgelenkt und nicht mehr verwirbelt. Jeder Konsonant hat also einen Ort, an dem er erzeugt wird und eine Art, wie das geschieht. Weiterhin können auch die Stimmbänder vibrieren oder stillstehen. Man spricht von Stimmhaftigkeit und Stimmlosigkeit. Die Stimme ist der Unterschied zwischen G und K oder B und P. Das kannst du ausprobieren, wenn du diese Laute sagst und dabei sanft deinen Hals berührst. Eine Besonderheit stellen die Nasale wie M und N dar. Hier ist der Mund verschlossen, die Luft kann aber durch die Nase entweichen. So wird der wohlbetuchte Benka mit zugehaltener Nase zum ehrlich arbeitenden Benka. Technisch gesehen können Nasale auch stimmlos gesprochen werden, aber außer den Isländern schafft das kaum jemand. Wir jedenfalls nicht. Einige Laute entstehen auf noch andere abenteuerliche Weisen, aber sie sind wenige und eher kurios und unpraktisch für europäische Sprecher. Wir und auch Tolkien kommen gut ohne das vibrierende Brrrr aus. So nett es sich auch anhört. Zusammengefasst kann man also einen Konsonanten mithilfe von drei Kriterien charakterisieren. Dem Ort, an dem er entsteht, der Art, wie das vonstatten geht und ob es im Hals vibriert oder nicht. Nach diesem Exkurs zu den Eigenschaften von Lauten sind wir gerüstet, uns wieder dem Ringvers zu widmen. Die Tengwa haben die gleiche Grundstruktur wie das internationale phonetische Alphabet. Sie sind aber nicht ganz so streng geordnet, nicht so vollständig und erfordern so etwas Variation von Sprache zu Sprache. Meist stehen in Spalte 1 und 2 die Dentallaute, die an den Zähnen entstehen und die Labiallaute, die an den Lippen erzeugt werden. Die anderen Spalten werden je nach Bedarf festgelegt. In der ersten Zeile wird dann mit den stimmlosen Plosiven der Grundstein für die Tabelle gelegt. Denn absichtlich sehen alle Zeichen einander ähnlich. So können durch einheitliche Änderungen an den Symbolen einheitliche Veränderungen an den Lauten dargestellt werden. In Zeile 2 zum Beispiel wird durch das Anfügen eines zweiten Bogens Stimme verliehen. Das stimmlose Dentale T wird zum stimmhaften Dentalen D und das stimmlose Labiale P wird zum stimmhaften Labialen B. Zeile 3 hebt die Stämme über die Bögen. Hiermit werden die Reibelaute ergänzt und Zeile 4 versieht diese dann wieder mittels eines zweiten Bogens mit Stimme. So ergänzen wir zumeist das Labiale F und Ü und möglicherweise gleich zwei schwierige TH-Laute. Zeile 5 gehört den Nasalen wie N und N. Hier kommt man gar nicht erst ohne Stimme aus und so folgen gleich in Zeile 6 die Approximanten. Da es davon wie gesagt nur wenige gibt und man meist noch weniger braucht, können hier also beliebige andere Laute eingeschmuggelt werden. Laute wie Z, L und R haben keine einfache Verbindung dieser Art zu den anderen, also gibt es für sie einige Extrazeichen am Schluss der Tabelle. Natürlich im typografischen Stil angepasst. Braucht man dann immer noch mehr Laute für eine Sprache, kann man sie den Zeichen mit Stämmen in beide Richtungen zuordnen. Fast alles, was eine Sprache an Lauten braucht, ist jetzt abgedeckt. Aber eines fehlt noch. Die Vokale. Vokale sind Laute, bei denen der Luftstrom im Mund nicht wesentlich behindert wird. Bei A, E, I, O, U schließt sich zwar der Mund immer weiter, aber es entstehen nie echte Engpässe. Darum können sie nicht sinnvoll in eine Tabelle dieser Art eingeordnet werden. Für die Vokale gibt es also Extrazeichen, die auf einen umliegenden Buchstaben gesetzt werden. Bei der Schreibrichtung von links nach rechts bietet sich der vorhergehende an, aber auch der nachfolgende funktioniert gut. Fehlt ein Trägerbuchstabe, kann auf einen einfachen senkrechten Strich zurückgegriffen werden. Nuancen wie zwischen Angeln und Angerufen oder Pieken und Picken können dann noch durch einige dezente Balken unterschieden werden. Und so kann man also auch ein Alphabet organisieren. Für verschiedene Sprachen gibt es nach diesen Regeln verschiedene Modi, in denen erst spezielle Laute zugeordnet werden. Zum Beispiel haben wir diesen Modus hier für das Deutsche im Internet gefunden. Und Tolkien selbst hat in seinen Notizen mehrere elbische und englische Modi verwendet. Die Tengwar sind, anders als die Runen Tolkiens, für weiche Schreibinstrumente wie Feder und Pinsel entworfen. Es ist deswegen auch leichter, sie in eine engere, kurwigere Handschrift abzuwandeln, wie es auf dem einen Ring getan wurde. Formell geschrieben sieht unser Ringvers so aus. Schnell können wir jetzt mit unserem erworbenen Wissen die Eigenheiten verstehen und die Laute in lateinischen Buchstaben notieren. Bei der schwarzen Sprache, mit der wir es dann hier zu tun haben, ist vielleicht das Interessanteste, dass sie mehr mit Silben arbeitet, als wir es gewohnt sind. So fungiert die Endung ul im Satz, sie alle zu finden, als alleiniger Hinweis, dass jemand in der dritten Person Plural gefunden werden soll. Und kombiniert mit uk sind sogar alle dieser Sorte gemeint. Diese Kombination von Endsilben beobachten wir mehrmals im Gedicht, und das erinnert uns daran, dass andere Sprachen andere Mittel verwenden, um sich klar auszudrücken, die nicht weniger gut funktionieren als die unseren. Wie häufig Silben dazu verwendet werden, grammatische Informationen zu übermitteln, ist auch einer der Unterschiede zwischen Deutsch und Englisch. Im Englischen wird nahezu alles mit Extrawörtern ausgedrückt. Im Deutschen verwenden wir eine Mischung. Althochdeutsch und Latein entgegen schrieben oft gar keine Pronomen, weil die ganze Information in eingebundenen Silben steckte. Aber ich schweife ab. Denn endlich haben wir jetzt alles in der Hand, um das heiß begehrte Gedicht des Einen Ringes zu entschlüsseln. Und von Ich kann sie nicht lesen. Über Schließlich anzukommen bei Ein Ring sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden.